Wir sind in Thessaloniki, Griechenland, gerade gelandet. Und was machen wir? Schatzi, was hast du gemacht? Hast du die ganze Zeit gesquattet in mein Flugzeug? Wieso? Weil du so einen knacken Arsch scharf hast. Wie toll bepackt dein Mann ist. Er wollte mir alles abnehmen. Sein Mann. Ich hätte es auch in der Hand, aber ich glaube, er muss jetzt Eindruck schinden, dass er alles alleine tragen kann. Dieser Entsafter, das war die einzige Aufgabe, die Stefan hatte. Der Aller einzigste in meinem Leben. Nein, ich habe seit Tagen gepackt, ich habe alles organisiert, beschriftet, Medikamente. Es war endlos. Ich habe drei Stunden geschlafen. Stefans einzige Aufgabe, diesen Entsafter einzupacken. Guess what? Er hat das wichtigste Teil vergessen und wir können nicht entsaften. Wir werden was aus Holz schnitzen oder aus Beton. Ich weiß es nicht, dass wir einen Einfüllschacht haben und das Ding läuft. Warum sind wir hier in Griechenland? Hi! Grüß dich! Wie geht's? Sollen wir schon mal bei euch einladen? Genau deswegen. Weil wir abgeholt werden. Wir hören jetzt. Alles gut? Na ja. Trifftig. Hallo! Hey, seid ihr da nicht landet? Hey, grüß dich! Hallo! 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 Wir fahren jetzt noch in Seldes ins Luxushotel und machen schönen Grächen-Rollauf. Haha! Haha! Und biegt die dann wieder hin. Also ohne die hier wirklich... Achso! Ja! Das war eine Reputation als Biologe. Genau! Oder listen! So lächerlich! Oh, echt jetzt! Verdammte Scheiße! Ich dachte, ich bin klug! Wollt ihr mich verarschen? Was? Achso! Das Temperament, frisches Temperament. Ist geschlossen? Ja! Ah! Ja! Ja! Hätte man ja nicht... Mit Robert im Anlauf. Dass die Schranke auch wirklich abreißt. Verdammte Scheiße! Rückwärts in den Gegenverkehr fahren, während hinter mir auch noch Leute sind, ist gar kein Problem. Es ist wie Transporter. Einfach noch ein paar Mal an uns nutzen. Wir haben jetzt noch eingestellt. Auf deinem Ende. Ja, ja. Bist du schon absolut auf Null oder was? Ja! Bist du schon absolut auf Null? Ja! Nimm die nächste! Ja! Ja! Da kommt die Werbung jetzt! Ach du! Kommt der Auto jetzt! Gehen Sie rechts rein? Ja! Ja! Jetzt noch ein bisschen nach der Flasen, oder? Nicht rückwärts fahren! Holy Scheiße! Okay, okay! Wird man gegen drücken dann geht's wieder. Kann es sein, dass wir zurück nach Deutschland fahren? Weil die Fahrt hier so lange vorkommt. Wir sind glaube ich noch keine Stunde unterwegs. Und 1 Stunde war angesetzt. Das ist bei der Täuschung. Wir fahren ein bisschen in die Berge, oder ein bisschen mehr ins Landesinnere. Ich glaube, was ist eigentlich bei der Tankstelle? Ah, hier ist sie doch, oder? Immer wenn ihr Mietwagen den Tank nehmt, einmal kurz abholen. Stefan, schnapp ihn dir. Nehmen wir mit. Aber der ist zu traurig. Jetzt geht's schon los. Was ist die Taktik, um ihm den Kontakt aufzunehmen? Keine Aufmerksamkeit schenken, aber trotzdem irgendeinen Reiz setzen. Er ist neugierig. Er will. Er hat auf jeden Fall Interesse, aber er ist unsicher, weil er schlechte Erfahrungen gemacht hat bisher. Wie süß. Der kommt nicht von selbst. Da bräuchte man jetzt einen schönen Angelegen. Du bist eher so ein Katzenmensch. Du sollst halt einer von hinten kommen. Die böse Katze. Wie sieht deine Gedankenwelt gerade aus? Spielst du mit was für Gedanken? Ich meine, du kommst hier gerade an. Du bist noch nicht mal vorbereitet auf das, was wir hier so machen. Und schon ist der erste Straßenhund da. Und man blickt natürlich in das Gesicht von dem Köterchen, dem Kleinen. Und weiß, das erwartet uns jetzt hier die ganzen nächsten Tage. Jeden Tag, jede Minute. Und ich würde ihn am liebsten einsacken. Stefan auch. Lea auch. Wir wollen ihn alle gleich so mitnehmen. Ich weiß nicht, ob das was wird. Das könnte funktionieren. Wir sind ja alles Hundeleute, deswegen sind wir als dieses Team hierher. Paula war schon dran. Die ist gut in sowas. Leider. Also der Plan ist es, dort den Hund reinzulocken. Weil da ist nur ein Ausgang. Genau. Und dann den Ausgang versperren. Genau. Ausgang versperren und dann... Aber der ist ein Fuchs. Ich muss schon sagen, die Dramaturgie Kurve, die steigt. Ja. Das könnte gut funktionieren. Aussichten sehen gut aus. Wenn der da drin ist, ist es ein safes Ding. Aber der muss natürlich da rein. Und ein Straßenhund ist natürlich jetzt auch, auch wenn der erst wenige Wochen alt ist, der ist angespitzt. Menschen böse. Männer böse. Ich glaube schon, was für eine Reaktion man vom Hund rechnen kann, wenn er da eingesperrt ist. Und wir versuchen den einzufahren. Ich denke, Angst, Angst. Kommt drauf an, was er für Erfahrungen gemacht hat. Wenn er extrem schlechte Erfahrungen gemacht hat. Aber er macht nicht den Eindruck, als ob er mit Aggressivität irgendwie versucht, die Situation dann zu lösen. Ganz ungefährlich kann es aber auch nicht sein. Krankheitstechnisch oder auch? Klar, Logo, Tetanus. Tollwut ist hier gar nicht. Paavo. Muss man schon mutig sein, ne? Tollwut ist schon lange nicht mehr in der EU. Aber nee. Apavo-Virus und so. In Deutschland glaube ich 2007, der letzte Fall oder sowas. Also alles noch im Rahmen, aber... Schau, wie mutig sich deine Frau für das Tierwohl einsetzt. Ja, natürlich. Sie liebt Hunde. Sie wird alles machen für Hunde. Für jedes Tier. Und wir stehen hier einfach nur rum. Nee, die Erfahrung ist meistens schlecht mit Männern. Ich würde sagen, tendenziell, Männer gehen mit den Straßenhunden schlechter um. Sie sind größer, wirken bedrohlicher und deswegen... Was ist das denn für eine Verallgemeinerung? Das ist Diskriminierung, nennen wir das. Einfach so. Und das auf einer öffentlichen Plattform. Ich muss mich jetzt von dir distanzieren. Ja, es tut mir leid. Die ganze Atrappe, die wir gesetzt haben. Was? Die Katze frisst jetzt alles auf. Die ganze Atrappe, die wir gelegt haben. Er ist direkt aus der Zwecke. Okay, wie ist die Situation? Gibt es Fortschritte? Es wird zutraulicher. Es kann sich nur um Stunden handeln. Die Taktik ist jetzt gestört worden, weil hier dieser Tankstellenmitarbeiter neu platziert hat, aber drin steht. Aber es funktioniert scheinbar gerade. Wie sieht die Taktik aus? Die Taktik sieht aus, ihn in den Pavillon einzusperren und ihn dann sozusagen mitzunehmen. Aber wir haben gerade Essen reingestellt, ne? Wir haben Essen gerade reingestellt, genau. Sodass er in den Pavillon geht. Da muss richtig drin sein. Du brauchst Futter, also Distanz. Lass ihn auch mal. Lass ihn richtig reingehen. Die ganze Arbeit macht man hungrig, ne? Da muss man mal kurz naschen. Ich glaube, das letzte Mal haben wir gefrühstückt. Jetzt haben wir sieben. Und sowas finde ich normalerweise ... Wir haben einen Pulli. Hast du was? Ja, der fängt an zu beißen. Wir haben einen Pulli. Hast du was? Ja, Achtung. Was ist los, ja? Der Geist. Gut, prima. Desinfizieren. Desinfizieren. Habt ihr Desinfektion? Deine Frau ist eine richtige Heldin. Tja, ich weiß, wie das funktioniert. White Material. Ich weiß, wie das funktioniert. Jawoll. Gratuliere. Ja. Was für eine Kriegerin, ehrlich. Was für Desinfektion, Mausi? Gut, wenn's blutet. Dann kommt schon mal alles ein bisschen braun. Ja, genau. Hier ist noch ein Loch. Viele Leute fragen sich, ob sowas weh tut, vom Hund gebissen zu werden. Gibt das weh? 3 Vieh war schlimmer. Ja? War das jetzt Schmerzen auf Skala 1 bis 10? Wie wird es das einstufen? 2. 2, okay. Der ist auch noch jung. Das war jetzt nichts. War der gewesen? Hier ist einer. Ja, Hundebiss ist immer schlecht. Da ist nicht durchgegangen. Hier, ich glaub, hier ist irgendwo ein kleines Loch. Hier unten da. Mhm. Das ist auch klar. Da musst du mal draufdrücken. Das ist auch der Held. Ich war der Ninja. Erst warst du der, der am passivsten war, dann auf einmal bist du aufgeblüht. Zack. Ich glaube, das war deine Praktik. Er ist so richtig zurückhaltend zu tun, als hätte er nichts mit den Hunden am Hut. Und dann BAM. Krass. Das sind halt die Nikes. Das sind die neuen Nikes. Die sind halt leise. Der Hund hat mich erwartet. Er hat bisher keine Performance von ihm gesehen. Und dann dachte er sich, krass, den kann ich unterschätzen. Ich fress erst mal. Weil die Motivierten sind gerade nicht da. Ja, oder? Diese super nervigen Mädchen. Ja, genau. Die Jungen von mir wollen. Danke bei den Mats. Ja, danke schön. Wie lieb. Vielen Dank. Danke. Danke. Das heißt, danke. Ich nicht. Du. Da ist Zucker drin. Da ist Zucker drin. Du läufst 20 Meilen, dann kannst du es auch essen. Kann das mir jemand nehmen? Ich würde mir vielleicht aus Hundehaar gemacht. Das sind brutal süß, ne? Was machen die Menschen hier in Griechenland mit ihren Autos, dass diese Autos so aussehen? Man sieht es danach nicht so aus. Also... Und das muss schon deutlich was heißen. Ja, das muss wirklich was heißen. Ich weiß nicht, ob die Autoscooter da mitfahren oder... Auch in dieser Disziplin hast du versagt. Es gibt Leute, die Auto noch mehr zu Schrott fahren können als du. Ja, natürlich. In keiner Disziplin gewinnen wir. Scheiße, Mann. Aber ich bin stärker geworden im Kniebeugen. Ich könnte vielleicht wieder mit Charo loslegen. Ist gerade sowas Heldenhaftes passiert und wir evaluieren das nicht? Können wir das nicht mal kurz zusammenfassen? Ich bin noch nicht fertig mit der Mission. Es fehlen noch zwei. Es fehlen noch zwei Hunde. Zwei Welpen vom gleichen Wurzeln. Es sind noch leer. Und du morgens beim Saftpressen. Ja, Mann. Das ist krass. Ey, das ist mein Leben. Krass. Wie viele Wochen sind die? Acht bis zehn? Ja. Somit ich gesagt. Die sind super scheu. Die kriegen wir auf gar keinen Fall. Die sind schwer. Die kommen nicht dabei. Alles schwer. Die sind halt ganz schön schüch. Die sind super schüch. Die scheiße ist natürlich, egal wen du jetzt hier lässt bei der Mama, das werden alles Straßenhunde, die ein schreckliches Leben führen müssen. Sagen auf einmal, vor welche Entscheidung uns die Frau gerade gestellt. Die Entscheidung ist, zwei können wir mitnehmen. Zwei müssen bleiben. Die hübschen bleiben. Der Braune können wir mitnehmen, richtig? Nee. Den hier. Aber die anderen kriegen wir nicht. Die zwei kannst du vergessen. Also man ist jetzt hier in der Situation, guck mal, wir sind umringelt von eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Hunden. Und dürfen uns jetzt entscheiden für zwei oder vielleicht drei, weil sie die gar nicht versorgen kann. Jetzt struggelt man hier rum, welchen und welchen nicht. Nimmst du die Mutter mit, aber die säugt noch die Welpen, nimmt man nur zwei Welpen mit, nimmst du die von der Mutter weg, ist vielleicht zu früh. Aber du musst jetzt eine Entscheidung treffen. In so einer Situation, man könnte jetzt sagen, fuck it, wir gehen, wir sind noch gar nicht richtig im Modus. Oder man entscheidet sich jetzt für jedes geregelte Leben oder man kommt zurück. Mit einem Käfig, mit einer Leine. Wir können nicht die Welpen von der Mama trennen, das geht nicht. Das ist für ein guter Plan. Du hast den Hund gefangen, dann den Plan aufgestellt. Läuft. Ist das ein Bonus? Mein Leben. Nausi, kommst du morgen? Fütter deine Welfen noch mal kurz und morgen nehmen wir dich mit, okay? Ja, ja, guck mal da. Es ist natürlich immer schwierig, weil das sind emotionale Themen. Aber in der Situation muss jetzt erstmal ab nach Hause, Basiscamp. Es bringt jetzt hier nichts rum zu fummeln und noch emotional zu werden. Wir kommen morgen wieder geordnet und dann holen wir sie uns alle. Was ist wie dieses Ding, wo der Bullenvater und der kleine Jungbulle auf dem Hügel stehen, oben unterm Baum, und auf diese Kühe runter blicken und der Jungbulle sagt, komm, 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 wir schnappen uns die ganzen Kühe und dann machen wir Liebe. Und der Vater sagt, nee, pass mal auf, wir gehen da jetzt schön langsam runter. Komm, da hört der schon mal Liebe machen und dann dreht er sich sofort um. Genau, da war ich direkt da. Da sind direkt meine Ohren auf, essen oder Liebe machen. Das sind die zwei Triggerfaktoren. Ganz genau. Morgen einfach in Ruhe auch mal die Lage etablieren, wie viele Hunde sind hier überhaupt noch. Nicht, dass wir zwei vergessen. Ja, die Dame von der Dog Station hat Vanessa jetzt gebeten, dass wir die sofort mitnehmen. Die Dame scheint bekannt zu sein, dass sie immer sehr viele Hunde hier hat. Und dass wir die Mutter plus alle Welpen direkt mitnehmen sollen. Jetzt müssen wir halt, die zwei zutraulichen Welpen sind kein Problem, die Mutter auch nicht, aber die anderen zwei Welpen, die dort so schreckhaft sind, denke ich, schwierig einzufangen. Ich denke, es ist am klügsten, wenn wir Futter ins Auto reintun und den Weg dorthin legen und so die Hunde ins Auto reinlocken. Was ist eigentlich für dich der Hauptgrund, hier hinzureisen und den Hunden zu helfen? Das ist einfach was Schönes. Die leben hier nicht unter den besten Bedingungen. Die sind nicht gut verpflegt in der Regel. Keiner kümmert sich um sie und so kriegen sie halt ein Zuhause. Ein Hund ist immer gebunden, er ist domestiziert für den Menschen. Er ist eigentlich nicht gemacht dafür. Es ist ja nicht mal eine freie Wildbahn hier. Was macht das innerlich mit dir? Es ist schön, es gibt mir was zurück, ich mach's gerne. Geh weiter, geh wieder in den Haus rein. We can not leave. The mother is giving milk. The mother is giving milk. The mother is giving milk. Not where we come from. Deutschland. Ne, here is Griechenland, not Deutschland. So ein gutes Argument. Motiviert. Wie der T-800 zu deiner Rettung geeilt ist. Das ist verrückt. Der hat dir auch alles vollgepinkelt. Das war nicht der T-800, sondern der T-800. Manchmal so eine radikale Maßnahme erforderlich. Absolut. Ja, er versteht halt glaube ich den Hintergrund nicht. Er denkt, wir kommen hier in sein Privatleben, aber nehmen seine Hunde weg. Aber er kümmert sich nicht um die Hunde. Und entweder werden die Hunde überfahren, fressen irgendwelchen Müll. Macht halt keinen Sinn einfach. Mal durchgreifen. Komm her. Der Hund scheißt dich ein, wenn er ihn sieht. Das muss ja schon was bedeuten. Schwierige Situation. Aber erstmal, das ist Stunde. Wo bist du kein Männchen? 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 Er will nicht mit dir kommen. Warum willst du ihn? Wir nehmen ihn. Geh deinen eigenen Hunde. Wenn du nicht Angst hast, dann geh ihn. Sehr einfach. Unter dem Seat. Unter dem Seat. Der Hund ist so. 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 Das war sehr gut. Für ihn. Wir holen ihn zurück. Okay? Wir holen ihn zurück und holen ihn zurück. Das ist hier. Okay? Tomorrow? Wir holen ihn zurück. Wir holen ihn zurück. Wir holen ihn. Ich will ihn. Ah, du willst ihn. Okay. Du bist so. Ich will nicht mehr. Er ist so. Was schätzt du warum die so an dem Hund hängen? Der sieht natürlich gut aus. Mit dem könnte man noch weiter züchten. Verschiedenstes. Ja. Das ist das Los der hässlichen Tiere. Die gehen immer weg und die schön bleiben natürlich. Klar machen die was, was gegen das Gesetz ist. Nämlich die Hunde an Ketten halten und nicht richtig versorgen. Aber wer sind wir, die hier ins Land kommen und auf einmal die Hunde? Ich habe vollstes Verständnis. Aber am Ende geht es um die Tiere. Alles gut. Alles gut. Wir haben einen Karton drüben. Alles gut. Alles gut. Wir haben einen Karton drüben. Alles gut. David. Thank you very much. Ich denke, die anderen haben keine Probleme. Aber das ist das. Wir sind der große Mann. Die anderen wissen was du machst. Du willst uns helfen. Du willst uns helfen. Aber du bist aggressiv. Wir allein sind. Okay. Aber hör mal. Deine Frau kommt. Sie will uns helfen. Okay. Sie kommt und sagt, bitte. Aber das ist nicht der Hund. Ich sage nicht dieser Hund. Aber warum bist du ein Egoist? Du bist ein Egoist. Aktuelle Zusammenfassung. Die Welpen. Jetzt laufen hier noch vier Stück rum. Drei Dürfer mitnehmen. Einer darf auf gar keinen Fall mitkommen. Das haben sie uns gerade verboten. Und die Mama kann man natürlich auch mitnehmen. Es sind drei Verstöße gegen das Tierschutzgesetz mit Kettenhaltung. Man hat uns gedroht, die Polizei zu rufen. Da hat Vanessa gesagt, dann macht doch. Dann zahlt ihr aber die Fallen. Ich habe versucht, die Welpen abzukaufen. Auch das war nicht drin. Alles scheiße. Riesendisput. Alles Mist. Schön wäre es, wenn wir die jetzt mitnehmen könnten. Aber die sind noch so schisserig. Es eskaliert natürlich auch einmal ganz kurz hoch, wenn der völlig aufgeregte große Griechenmann ans Auto geht und die Tür aufreißen will und die Lea von drinnen zu hält. Und dann ist natürlich Stefan. Und Feier. Komm doch. Ja. In so einer hoch aufgeladenen emotionalen Situation ist alles schwierig. Aber da muss man kühlen Kopf behalten. Ganz in Ruhe deeskalieren und sich die Welpen schnappen und abzischen. Wo sind wir? Was machen wir jetzt zum Abschluss des Tages? Das ist der Hundegarten Ceres. Für den wir sozusagen die Hunde fangen, beziehungsweise wo wir die Hunde hinbringen. Und jetzt bringen wir den einen Hund, den wir eingefangen haben, bringen wir jetzt unter. Der kriegt dann was zu fressen. Er kann zur Ruhe kommen. Der ist sehr ängstlich jetzt natürlich. Der weiß ja gar nicht, was passiert. Genau. Und morgen geht es dann weiter. Es sollte ja eigentlich erst morgen losgehen. Aber es ging ja heute schon direkt los. Was machen wir jetzt? Jetzt suchen wir die Handbremse. Die ist hier in Griechenland auf der linken Seite. Und dann? Schießt du? 50-50 Rückwärtsgang und erster Gang ist immer gemixt. Jetzt habe ich ihn. Also, woher fahren wir? Wir fahren jetzt in das Tierheim rein. Querfeld ein. Und dann haben wir einen Käfig ausgewählt, weil der neue Hund muss sich ja mit den anderen Hunden auch vertragen, sonst beißen die sich gegenseitig tot. Wieder Rückwärtsgang. Und jetzt haben wir zwei nette Kollegen ausgewählt hier, mit denen er die Nacht verbringen kann. Vanessa sagt, du sollst nicht reinfahren. Wir sollen ihn hier schnappen und rübertragen. Okay, gut. Hallo Moke. Warte kurz? Super. Schau, sie ist cool inzwischen. Wir sollen den Hunden suchen. So, mit Öffnen nach vorne. Dann kann hier keiner auf den Sack gehen. So, Tag 1 war erregnisreich. Was kann man abschließend sagen? Wir haben einen Hund gerettet. Alter, das war das kälteste Wasser, in das man so geworfen werden kann. Aber ein Hund ist gerettet, der ist weg von der Straße. Nur eine Person wurde gebissen, ansonsten wurde keiner verletzt. Das finde ich erstmal okay. Morgen geht's weiter. Dann ist er. Dann kommt er.